Oh nein, ich werde angegriffen mit einem Hai! Nein, schwimm weg, ich schwimm auch weg. Warte mal, ich bin doch selber ein Hai! Attacke! Oh mein Gott, komm, wir halten zusammen, wir beißen ihn. Komm, Senti, komm, wir müssen ihn zusammen angreifen! Oh mein Gott, du wirst erledigt. Ich wurde erledigt. Ich wurde auch erledigt, aber... Denn Freunde, Senti und ich sind heute gemeinsam mal ein Hai und wir können hier alles fressen, was uns in den Weg kommt. Oh, oder wir können aber auch gefressen werden von größeren Haien. Das stimmt. Der Größte hat einfach eine Power von 106.000. Was? Wie soll ich mir das jemals schaffen, ey? Ich habe keine Ahnung. Oh, ich esse mal so einen Leuchtturm. Oh, oh, er ist bei mir. Oh mein Gott, ich sehe dich, du wirst auch gefressen. Nein, er haut ab, er hat ein bisschen Angst vor mir. Ich glaube nicht, ich glaube, du bist zu uninteressant für den, zu klein. Was ist eigentlich, wenn ich dich... Oh, fresse. Okay, komm her, komm her. Oh, oh. Hey, ich feist deinen Schwanzschloss ab. Oh nein, oh, 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 das tut ein bisschen weh, Senti. Oder warte mal, das kitzelt. Mmh, lecker Fischstäbchen. Junge, aus dir machen wir Makaronis. Oh, lecker Fischstäbchen. Nom, 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 nom. Oh, oh. Komm her, Maxchase. Junge, komm du her. Ey, man kann auch so stehen bleiben, theoretisch. Ey, ich habe gleich einen Leber. Oh, ich auch nicht, ich auch nicht. Ey, das war ein Kopf an Kopf. Let's go. Da liegt ja der Fisch. Okay, Freunde, wir müssen uns also ein bisschen verbessern. Ey, Junge, wir essen die ganze Zeit Fische. Ja, es gibt ganz viele Fische und die liegen alle auf dem Wasser drauf. Ja, und ich, oh, komm, schaffen wir den. Oh, ich kann sogar das Boot hier essen. Ja, du kannst sozusagen alles essen, was du möchtest. Okay, das ist krass. Aber ich habe auch gesehen, man kann sich neue Skins kaufen. Ich möchte mal, ich möchte ein Orangener Hai sein. Oh, das wäre cool. Und ich esse alle Bretter hier mittlerweile auch. Boah, okay. Oben links seht ihr unsere Leben. Und die Leben generiert man, indem man Fisch isst oder generell was isst. Kannst du das so ein bisschen generieren. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Wie viele Punkte hast du? Ich habe gerade mal 900. Was? Oh, mein Gott, ich habe so einen Rainbow Skin sogar, so einen coolen. Was? Ich will ein lila Hai sein. Ja, hol dir gerne mal den lila Hai. Oh. Setti, ich habe hier gerade einen heftigen Haikampf. Was? Brauchst du Verstärkung? Nee, nee, nee. Junge, jetzt sind wir drei Haie hier. Ey, guck mal, ihr hättet ihr. Ich sehe euch da hinten. Was macht ihr da? Ich fresse. Ganz in Ruhe. Ja, warte mal. Oh, Leute, komm, wir könnten ihn bekommen. Ich, ich bekomme ihn. Save, save. Ich esse die Creech-Jäntchen. Ich habe zwei. Und ey, ich esse Gras. Oh, du hast aber schon 2000 Punkte auch. Ja, ich hole so langsam ein bisschen auf. Ja, stimmt. Wo ist eigentlich der Beste? Oh, nein, Setti, ich werde hier fast gefressen. Was? Pass auf. Oh, mein Gott, bei mir ist der größte Hai. Oh, mein Gott. Nein, 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 Leute. Oh, mein Gott. Der will hier echt ein bisschen Stress gerade. Oh, mein Gott. Wirst du gefressen? Ja, aber oh, ich könnte ihn kriegen. Und danach bin ich sogar größer als du. Oh, mein Gott, nein, ich fresse ihn auf. Nein, nein, Setti. Schnappst mir jetzt nicht meine Fischbeute weg, ja? Geh, dem. De-dem, de-dem, de-de-de-de-de-de. Ja! Was? Okay. Komm her. Nein, 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 hau ab. Du bist mein Frühstück. Oh, mein Gott, ich gehe zum Großen hier. Dann kannst du dich mit dem anlegen. Junge, soll ich es machen? Der ist afkar, oder? Weiß nicht, aber vielleicht tut der auch nur so, weißt du? Oh, lecker. Ist der ruhig afkar? Okay, warte mal, ich beiße seine Flosse von hinten ab. Oh. Aber er beißt automatisch zurück. Warte mal, komm, wir beißen einer von vorne und einer von hinten. Wo ist er ich tot? Oh, ja. Er beißt automatisch. Jetzt bist du wieder dran, Sandy. Aber der regeneriert schnell, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe kein Leben mehr. Ich muss erst mal anderes Zeug essen, damit ich regeneriere. Jo. Ey, den kriegen wir. Ich habe von dir. Den kriegen wir. Sandy, ess ihn! Let's go! Eww! Was? Was? Du bist der Riesenfisch. Ich bin erledigt. Ich habe 127.000. Sandy ist der krasseste Fisch gerade auf dem ganzen Server. Freude. Wir essen alles auf. Aber da geht noch mehr. Ich will noch größer werden. Oh, mein Gott. Und was? Hier sind einfach Spieler mit Null. Okay, okay. Ich will die anderen fressen. Du bist Platz 2. Ja, ich bin Platz 2. Da ist der nächste Hai. Komm her. Komm her. Friss ihn. Beiß zu. Okay, warte mal. Wisst ihr was? Ich fresse... Ich fresse aber dich. Was? Du hast so wenig Leben. Oh, mein Gott. Oh, nein. Ich bin ab und an deiner Stelle. Du machst gut Damage. Alter, du machst sieben Damage bei mir. Oh, mein Gott. Wie viel mache ich? Äh, äh. Oh, mein Gott. Nein. Oben links. Nein. Oh, mein Gott. Ich habe noch einen wenig Leben. Nein. Der eine will mich fressen. Ist nicht schlimm. Oh, was? Der Skin ist einfach nur einmalig. Ich muss... Ich habe keinen Skin mehr. Okay, Leute. Umso größer man ist, umso mehr Damage macht man logischerweise. Wir beginnen einfach mal, alles zurückzusetzen mit einer Tsunami. Nein. Das kann nicht sein. Ich habe gerade meinen Highscore. Wo ist der Tsunami? Sandy, ich weiß nicht, wo der Tsunami ist. Das kannst du nicht tun. Ich habe den Leuchtturm gegessen. Aufmerksam. Ein Tsunami wird kommen. Oh, oh. Oh, nein. Leute, es wird mich halt mit umschnetzeln. Das bringt mir gar nicht. Aber mir doch weniger. Da kommt sie. Oh, oh, oh. Oh, mein Gott. Nein. Nein. Ich schwimme weg. Nein. Ich schwimme weg. Ich schwimme, schwimme, schwimme. Was? Damit beginnen jetzt alle bei Null. Leute, jetzt ist die Chance, der der Beste zu werden. Freunde, lasst jetzt alle noch einen Like da. Denn bei 500 Likes werden wir der größte und stärkste High im ganzen Roblox. Okay, Freunde. Oh, ich habe jetzt auch keinen Skill mehr. Stimmt. Junge. Okay, den muss ich mir neu kaufen. Aber ich bin mal gespannt, wie schnell du dich jetzt hocharbeitest. Ich gebe mein Bestes. Ich weiß nicht, was es am meisten Punkte gibt. Ich esse Gummibäntchen hier. Ich esse alles. Ich werde mir trotzdem Skin nochmal kaufen. Ich habe mir Rot noch gekauft. Ich bin ein roter Hai. Oh, okay, okay. Ich will jetzt ein blauer Hai. Aber ich bin auch schon ein blauer Hai. Okay. 2.500. Oh, das heißt, du bist schon wieder ein bisschen besser als ich. Ja, ich probiere doch, andere Haie irgendwie zu fressen. Die geben die meisten Punkte ein. Junge, 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 ich versuche auch alles zu essen. Ich bin bei 2.000 gerade. Oh, dieses Holz hier, das gibt richtig viel. 2.600. Oh, Attacke. Ich greife andere Haie an. Aber, Sandy, es gibt hier natürlich noch verschiedenste Gamepässe. Und ich kaufe mir den Vampir Hai. Oh, was? Was kann der? Wenn ich jetzt andere, wenn ich andere beiße, regeneriere ich auch Leben. Halt's doch. Das ist ja krass. Du saugst ihm das Blut aus. Der Vampir Hai ist so hungrig auf leckeres Thunfisch. Okay, dann hau mal ab von mir, lieber. Junge, wie viele Haie sind mittlerweile auf dem Server? Ja, das ganze Meer ist voller Haie. Oh, warte mal. Junge, Junge, der ist so schnell, ne? Ich hab ihn fast. Aber, ey, wie viel hast du? 3.000 gerade. Okay, warte mal. Easy, das hole ich gleich ein, Leute. Das hole ich gleich ein. Aber der schwimmt einfach davon. Junge, die sind einfach ein bisschen zu schnell teilweise. Ja, das stimmt. Vor allem, man kann die auch dann gar nicht essen, weil die immer wegschwimmen. Und es gibt den Insta-Kill. Wenn jetzt einer vor meinen Maul kommt, dann wird er direkt mit einem Schnapp weg sein. Oh mein Gott, was? Du bist jetzt ein Vampir Hai, der alle erledigt? Nee, das war nur einmalig. Also, nochmal geht's nicht. Doch, es geht noch weiter. Natürlich geht's, die ganze Zeit. Oh was, ich fress jetzt jeden mit einem Biss. Nein. Das kann nicht sein, du hast 10.000. Oh mein Gott. Boom. Ich probiere andere Haie noch zu fressen. Ich bin unbesiegbar. Ich bin unbesiegbar. Hey, Kiwi. Kiwi, könntest du vielleicht in mein Maul schwimmen? Du hast du jetzt Platz 1. Das kann nicht sein. Ja. Und Setti, als wenn es nichts genug wäre. Ich kaufe mir noch das Megalodon. Okay, den kaufe ich mir jetzt auch. 500 Leben plus 100 Stamina. 125er Scythe. Alter, ich bin ja riesig. Okay, ich kaufe mir den noch jetzt. Was? Ihr habt alle keine Chance mehr. Ich bin ein Riesen-Megadolon. Oh mein Gott, ich bin auch ein Megalodon-Heil. Oh mein Gott, das ist ja echt groß. Ja. Und ich werde noch hier dieses... Warum esse ich eigentlich Gras? Ich meine, so ein Hai würde doch niemals Gras fressen. Ja, eigentlich nicht. Aber oh mein Gott, ich fresse alle als Megalodon-Hai auf. Lams ist umgeschnetzelt. Und Gulu. Oh, ich habe 31.000. Oh mein Gott, ich habe nur 500. Junge, die zwei kämpfen hier. Tja, jetzt kämpft ihr nicht mehr beide. Oh mein Gott, ich kämpfe gerade. Ich seh nicht da hinten. Ich fresse ja alle Haie auf. Mh, lecker. Kann ich mir... Ey, yo. Ey, yo. Ich habe die dümmste Taktik gemacht, die es je gibt. Gute Taktik hast du gemacht. Oh mein Gott. Ich fresse ein 7.000 einfach auf. Das ist ein Megalodon-Hai. Ich habe mir einfach blau gekauft als Farbe. Du weißt. Das dachte ich mir auch. Irgendwie bringt das doch nichts. Ja, weil alle schon blau sind, ne? Ja, das stimmt. Oh nein. In der Torte. Okay, ich kaufe mir einfach mal Stufe 2 Gold. Habe ich danach 1.000? Ja, es reicht. Ich kaufe mir den Skin Thermal. Ja, du siehst aus wie so ein Bunter einfach. Spider-Gerl. So ein Farbmalkasten siehst du aus, weißt du? Ich bin ehrlich, ich verschone dich noch ein bisschen. Ich glaube... Na, ich wollte den Platz 2 essen. Du willst nicht in meinen Maul landen, oder? Ne, das stimmt. Und Leute, hier seht ihr sogar die Top-Liste. Ich bin einfach Platz 9. Nein. Oha, du bist Platz 3 vom Server. Ah, wegen meinem Rekord davor, ne? Dein Rekord, ja, ja, ja. Und Platz 3 bin ich bei Damage getan, weil Damage... Leute, ihr seht's. Ich hab 3.200 Damage. Boom und boom. Ich mach so viel Damage halt, ne? Oh mein Gott. Steh, ihr Lieben. Ich probiere die ganzen kleinen Haie aufzuessen. Warte mal. Gibt es hier besondere Power-Ups? Ja, ich weiß nicht. Ich sehe hier das erste Mal irgendwie so ein Power-Up. Was ist das? Wow, das war lecker. Und ich hab die nächsten Haie erledigt. Okay, ich hab auch 10.000. Aber, Junge, wie soll ich denn an dich ran, wenn du alle mit einem Schlag erledigst? Ich hab keine Ahnung, Cindy. Ich hab keine Ahnung, wie du das jemals machen sollst. Hier gibt's auch einen dicken, leckeren Reifen. Aber warum sollten Fische Reifen essen? Hm, gute Frage. Weil's, äh, gesund ist. Und ich bin hier beim Riesenturm. Ich weiß nicht, ob du den von Weitem siehst. Siehst du den von Weitem? Den Leuchtturm. Oh ja, ich seh ihn. Guck mal, und? Der fällt jetzt. Boom. Was als ob. Okay, cool. Ich mach mich auf die Jagd nach anderen Haien. Ja, mach das. Ich bin gespannt, ob du nochmal an meine Größe rankommst. Es wird schwer, muss ich sagen. Wie viel hast du? Ich hab 58.000. Ich fress mich hier richtig durch. Wie so eine Nomade. Ach, Freunde. Guck mal. Ich brauch mir gar keine Gedanken machen. Ich, selbst wenn ich nicht dieses, ja, Einschlag hätte, Leute. Äh, man kann mit einem, mit einem Hai auf, auf den Steinen schälen? Was? Als ob. Aber der braucht doch Wasser. Oh, die Armen, die tun mir richtig leid. Ich fahre ihm die Regel recht weg. Ja, das stimmt. Aber ich meine, du one-hitest einfach alles. Ich one-hit alles. Ich kann mir nicht mal irgendwas kaufen, weil ich mir alles gekauft habe im Shop, Leute. Oh mein Gott. Du bist der Wester. Ich verfolge ihn hier. Ich will ihn hier haben. Oh mein Gott, der Arme. Komm hier. Oh nein. Komm hier, mein Maul. Oh, du machst auch schon gut Damage, oder? Ja klar, weil ich bin ja Megalodon. Warte mal, was? Ich, ich wurde, ich wurde erledigt? Was? Mich hat einer mit Robux erledigt. Nichts. Oh mein Gott, wie ich habe das bedeutet. Es gibt einen neuen Platz 1 hier. Nein. Mann, Leute. Oh, was geht denn hier für eine nette Party ab? Zack. Hey, na? Hey, na? Senti, was machst du eigentlich so? Ich verfolge immer noch den Kululu. Junge, du hast doch eigentlich viel mehr Power, wenn du die aufsparst, oder? Ja, aber der ist richtig schnell. Ja, aber theoretisch könntest du komplett aufladen und dann erstmal so langsam. Aber guck mal, ich stelle ehrlich. Guck mal, ich gehe ganz normal. Ja, es ist eben einer. Senti! Nein. Ich habe schon wieder 30.000 und... Oh mein Gott, die wird alle aufgefressen. Welcher Platz bin ich mittlerweile? Top Damage bin ich Platz 2. Okay, das ist nicht schlecht. Ah, man sieht das. Aber du musst dich noch einholen. Ich bin noch Platz 3. Boah, du bist Platz 3 in der größten, halt in der größten Größe, ne? Da brauche ich noch eine Weile. Junge, ich kann halt keine fressen, weil die alle so wenig haben. Wow, das ist ein Problem. Die hätte ich auch gerne. Essen. Du hast nur 1.000 Punkte, man. Das ist viel zu wenig. Ah, das ist ja, wen soll ich essen? Was soll ich sagen? Ja, ey, warte mal, ey, hallo, hallo, ey, wie schnell ist der? Oh. Ja, ich sage ja, manches ist richtig schnell, weil die kleiner sind, glaube ich auch. Ja, ah, das kann natürlich auch sein. Umso größer du wirst und umso stärker du wirst, umso langsamer wirst du natürlich auch. Oh! Ich habe hier ein Battle gegen einen anderen Hai. Ey, ich sehe es. Go. Ich gucke einfach zu. Go, Senti. Er weiß mich, er weiß mich. Aber ich bin ein Megalodon. Der hat zwar mehr Punkte, aber der weiß, dass ich ein Megalodon-Hai bin. Deswegen besiege ich ihn. Oh mein Gott, er hat keine Chance. Ja, 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 ja. Oh! Er hat ja überhaupt... Wie schnell er ist. Ja, ey, der hat einen richtigen Boost. Aber der hat keine Chance gegen dich. Ja, Junge. Er hat den Kampf angefangen, jetzt muss er den auch beenden. Ich gucke zu. Ich gucke zu und... Oh mein Gott. Wird er es schaffen? Nee, ich glaube nicht. Das Battle gewinnt eindeutig Senti. Ah, da liegt der Hai. Okay, ich starte mit den nächsten Vitamine. Junge, Junge, Junge. Ich habe gleich 40.000. Oh, hinter dir greift auch ein Arsch. Ja, der soll weggehen. Ich will den gar nicht essen eigentlich. Und oh, der ist Platz 2 mit 10.000. Oh, der würde schmecken, Leute. Der würde schmecken. Der würde richtig gut schmecken. Komm her. Und... Jappa! 50.000. Was? Und Leute, guckt euch mal den Server. Der ist voll mit Haien. Überall sind Haie im ganzen Ozean. Ja, den habe ich. Und den habe ich. 52.000. Ey, yo. Ey, yo. Ey, yo. Oh mein Gott, ich sehe dich. Der Rainbow Hai wieder da schwimmt. Hast du noch Insta-Kill? Ich habe immer noch Insta-Kill, ja. Du hast keine Chance. Oh mein Gott, okay. Dann haue ich lieber ab. Oh mein Gott, ich will den hier haben. Der hat mehr Punkte als ich. Ach, der liegt da down. Den habe ich schon gefressen. Den, sorry. Oh nein. Ey, die Arme, die tun mir auch alle ein bisschen leid, ne? Weil... Wop, wop, wop. Wop, Junge, da ist auch noch mal einer mit 2.000 Punkte. Boah, die trauen sich halt leider nicht mehr, ne? Das tut mir schon echt leid. Ja, das stimmt allerdings, die Termine. Und Quietschenten sind auch in meinem Bauch. Aber ich müsste jetzt... Oh, ich habe gleich mein All-Time, mein Bestes gleich wieder. Ich habe gleich 68.000. Oh, Vitamine! Was wolltest du da versuchen? Boom! Oh mein Gott. Was? Ich werde alle auffressen. Du wirst niemanden auffressen. Du hast 1.600 Punkte. Wie viele habe ich? 1.700... Du hast Instacill. Oh ja. Nein. Jetzt fred ich auch die ganzen Ozean auf. Okay. Senti, das Ding ist jetzt, wer wen als erstes trifft. Ich weiß auch nicht. Ich habe dich auch gerade probiert zu fressen. Das Ding. Oder weil du halt mehr Punkte hast. Ich weiß es nicht. Ah, nee, nee, nee. Du hast einfach... Du warst... Wahrscheinlich war ich näher dran. Und da hattest du schon Instacill? Ja, eigentlich schon. Oh nein. Okay. Jetzt wird es nochmal richtig interessant, Freunde. Okay, ich habe 6.000 Punkte. Das entscheidet, wer hier der King vom Ozean ist. Alter, hier liegen überall Haie, die nicht mehr am Leben sind. Meinst du eigentlich, den ganzen Spielern macht es Spaß? Äh, ja. Ich glaube schon. Ja, da ist ja. Roblox. Leonie. Und die ist einfach unter Wasser, Hai. Was? Oh mein Gott. Hier liegen nur Haie, die erledigt werden die ganze Zeit. Die Armen. Oh mein Gott. Hier, Luda Gaming. Ey, bitte Tomatenmine. So, 2 Double Kill. Ich habe 2 auf einmal. Bam. Wie viel hast du? Ich habe 75.000. Ich habe 9.000 gerade. Oh. Oh. Man kann sie nicht fressen, die unter Wasser. Nee, ich weiß auch nicht. Okay, Jemino, bist du ready? Ich bin ready. Komm. 1 gegen 1. Okay, okay, ja. Ein Biss und alles ist vorbei. Es gibt nur den... Geh mal weg hier, ja, Kleiner? Ja, okay. Wer traut sich als erstes anzugreifen? Es gibt nur diesen einen Biss. Okay, wir schwimmen ja so wie umzingeln den. Oh. Nee, nee, nee. Oh. Nee. Ja. Was? Ich glaube, ich kann dich gar nicht erledigen. Doch, das kannst du sagen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich würde es dir gerne zeigen, aber... Ich würde es dir nicht zeigen. Nein. Ja. 90.000. Haha. Ich habe wiederbelebt gemacht. Du hast nicht mein... Wow, ich hätte auch einfach dann Respawn drücken können. Ja, du hast wiederbelebt mit 0. Wow. Für 49 Robux. Nein. Wir können uns jetzt die ganze Zeit gegenseitig fressen und die Punkte werden nie weggehen. Warte, was ist, wenn ich mich wiederbelebe? Junge, das hat bei mir nicht funktioniert. Bei mir schon. Was? Oh mein Gott. Junge, jetzt können wir eigentlich das verdoppeln einfach die ganze Zeit. Junge, wir können ein Verdoppler-Spiel spielen. Ja, wo bist du? Komm her. Nein. 180.000. Nein. Oh mein Gott, Freunde. Es hat funktioniert. Wo bist du? Wo bist du? Oh nein. Ey, du wirst sowas von... Ich sehe mich nicht. Ja, Junge, ich komme auf dich zugesprungen. Junge, ich glaube, die anderen Haie haben keinen Bock mehr auf uns. Wenn man sich die Top-Liste anguckt, ist Sandy jetzt einfach zweit und ich einmal erster. Aber das kann ich jetzt alles ändern, ne? Guck mal, was ist denn der von mir? Was ist denn der von mir? Ja. Alter, jetzt. Leute, wir machen... Wir machen Sandy fertig. Komm her. Nein. Das kann nicht sein. Wieder beleben. Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind Platz 1 geworden. Oh mein Gott, einfach. Nein. Ja. Wer ist nun Platz 1? Nein. Was? Du bist in mir gespawnt. Was? Nein. Nein. Ja, ich habe 666.000, Leute. Was? Du spawst doch in dir. Keine Ahnung. Oh mein Gott, Freunde. Was passiert hier, bitte? Es ist halt nur Platz für einen von uns, Pro und Hein. Da-dum. Nein. Da-dum. Hau ab. Ey, yo. Leute, ich bin zweimal Platz 1. Wirst du... Nein. Komm her. Nein. Oh mein Gott. Ich habe fast eine Million. Wer hat als erstes die eine Million? Wenn ich jetzt einfach den Server verlasse, ne? Da habe ich ja gewonnen, eigentlich. Okay, tschüss. Wieder, wieder. Wer hat die eine Million als erstes? Okay. Der letzte Fight. Der letzte Fight. 670.000. 670? Ja, einer von uns wird jetzt die eine Million haben. Achso, achso. Das meinst du. Oh, da kommst du doch schon. Okay, komm ruhig, komm ruhig. Wie ein Fischdäbchen. Ich mache dich gleich zum Fischdäbchen. Ich weiß, dass du dich gleich umdrehst. Nein. Ah, komm, komm. Komm her. Was? Nein. Ich wurde auch erledigt. Was? Wir wurden beide erledigt. Nein. Und ich starte wieder bei null. Was? Wir haben uns gegenseitig gefresst. Und ich habe bei 670.000 gestartet jetzt wieder. Oh mein Gott. Das kann ich sein. Oh nein. Ich meine, ich war an der Top-Liste gucken und du frisst mich. Perfekt. Nein. Eine Million. Freunde, schaut euch das an. Also jetzt ist noch nichts aktualisiert, aber eigentlich sind wir... Ja, 1,3 Millionen und 8.000 Damage. Wenn euch das... Ja. Freunde, es gibt einen neuen Platz 1. Nein. Okay, ich kann mich nicht mal mehr normal respawnen. Ich kann nur noch mit Robux respawnen. Ja. Die haben so langsam gemerkt. Ich glaube, wir haben das Spiel zerstört irgendwie. Ey, wir haben... Ich glaube, wir brechen hier ein Weltrekord gerade. Ey, guck mal, wir haben genau gleich viel. Gleich wird einer Null haben. Was wollen die eigentlich die ganze Zeit? Ja, 2,7 Millionen. Okay, okay. Okay, Freunde, jetzt reicht es aber wirklich. Wenn euch das Video gefallen hat, schaut gerne doch bei Santi vorbei. Denn der macht auch ordentlich coole Videos. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen. Bei einem neuen Kumpel wie du. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.